Habe ich meine Eltern beleidigt? Nein. Wer würde eher Onlyfans machen? Die Polizei hat mich mit einem Melikopter sogar gesagt. Wer würde eher im Club auf die Fresse? Ich habe mir sogar in die Hose letztens gepinkelt. Hey Leute und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von Alina und mir. Was machen wir heute? Wer würde eher? Und zwar habt ihr uns Fragen auf Instagram gestellt. Folgt mir da auf jeden Fall auch. Und wir werden die jetzt beantworten und mal gucken, wer würde eher? Wer würde sich eher in den Ex des anderen verlieben? Ich so katzelt. Wer würde eher betrunken Auto fahren, wenn Alina schon 18 wäre? Sinan? Nein, nein, nein. Du. Ich betrunken. Du bist so eine Draufgängerin. Ich würde das nicht machen. Du würdest das natürlich machen. Nein, würde ich gar nicht machen. Ich hole dir immer ein Taxi. Warum sollte ich überhaupt trinken? Ja, wir reden noch mal. Wir reden noch mal in zwei Jahren. Wer würde eher in der Öffentlichkeit nackt herum gehen? Sinan? Ich lauf hier manchmal im Zimmernack drum und jeder kann hier reingucken. Wer würde eher den Eltern eine Backpfeife geben? Sinan. Nein, du. Du bist so frech in letzter Zeit gewesen. Habe ich meine Eltern beleidigt? Nein. Das war einmal vor zwei Jahren, da war ich 16 und hatte so Pubertätsprobleme. Ja, aber ich würde niemals Mama schlagen. Aber du hast manchmal Aggressionsausbrüche. Ja, okay, aber heißt nicht, dass ich Mama schlagen werde. Ja, ich würde sie auch nicht schlagen. Man schlägt nicht seine Mutter. Oder generell seine Eltern. Aber generell jemand. Ja. Wer würde eher zwei Wochen nicht duschen? Ich. Ich kann nicht ohne duschen. Wobei nicht. Ich dusche mich am Tag zwei, drei Mal. Das hast du letztens sogar noch zu mir gesagt. Ja, merkst du es ja. Ja, aber du stinkst trotzdem auch, wenn du duschst. Also eher du. Ich stinke nie. Wer würde eher etwas von dem anderen klauen und es auf ein anderes Geschwisterkind schieben? Sinan. 100 Prozent. Sinan. Eigentlich Aylin. Aber Aylin ist nicht hier. Aber von uns beiden du. Nein, du. 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 Ihr bedient euch doch auch immer an meinem Kleiderschrank. Ich nicht. Du hast Größe M oder L, ich habe Größe S. Ja, trotzdem. Wer würde eher mit Social Media aufhören? Ich. Ja, Alena. Wer würde eher sein Handy einen Monat nicht benutzen? Oh, gar keiner. Ich kann nicht ohne Handy. Ich kann auch nicht ohne Handy. Ist so schnell. Ihr seid beide Handy so schnell. Ja. Wer würde eher laut in einem vollen Zug schreien? Ich. Ich mach das immer auch so in der Öffentlichkeit. Ich finde das voll lustig, wenn man... Ich finde das voll lustig, wenn man... Also fast nicht. Ich finde das lustig, wenn man einfach nur so Quatsch macht. Wer würde eher seine Haare blondieren? Sinan. Nie wieder, aber ich würde es nie wieder. Ich will, also ich will, aber... Wenn du es dürftest. Wenn ich dürfte, ich. Aber wenn nicht, dann Sinan. Wer würde sich eher Fußcreme ins Gesicht schmieren? Sinan. Ja, ich. Wer würde eher seine ganzen Fische töten? Sinan. Nein. Du. Guck mal, dir ging es gut. Ja, deswegen ist ja einer tot. Bei mir ist auch kein Fisch gestorben. Meine Anemone ist gestorben. Das ist ein Unterschied. Aber einer ist rausgesprungen. Wer würde eher auf den Boden kacken? Sinan. Du. Was? Ich? Du? Du würdest auf dem Boden scheißen. Nein, eh. In deinem Zimmer liegt auch immer alles rum. Du. Okay, er ist nicht auf meinem Boden scheiße. Hä? Wer würde eher Auto fahren ohne Führerschein? Ich hab ihn schon. Ja, aber... Aber wenn du keinen hättest. Du. 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 Ich bin viel zu aufpasserisch. Wie man das nennt. Wer würde eher von einer 10 Meter Klippe ins Wasser springen? Sinan. Echt? Das ist voll geil. Nein, ich hab Höhenangst. Ja, aber voll geil. Sonst mehr. Du. Wer würde eher Single für sein ganzes Leben bleiben? Eileen. Oh, mein Gott. Was soll denn das? Aber von uns beiden? Keiner. Keiner. Ja. Wer würde eher eine Zahnbürste von einem Fremden benutzen? Du. Mich juckt das nicht. Ehh. Also nur von jemand, den ich kenne. Von jemand Fremdes. Ach so. Ja. Du. Nein, nein, nein. Ihh. Das soll... Uäh. Höchstens Sturz, bis es offen wird. Meine Zähne putzen wird. Wer würde eher mit dem Lehrer schlafen für bessere Noten? Sinan. Safe. Aber ich habe eh gute Noten gehabt. Wer würde eher nie wieder Fast Food essen? Sinan. Wer würde eher für 10 Millionen Euro 10 Millionen Insekten essen? Sinan. Ich. Ich finde Insekten so ekelhaft. Ich finde es gar nicht schlimm. Wer würde eher den ganzen Tag nichts essen? Ich. Ich liebe Essen. Wer würde eher Kotze essen? Ihh. Sinan. Ihh. Warum ich? Warum sollte ich auch? Ich würde genauso wie die Kotze essen essen. Doppelgeld würdest du es machen. Ja. Ich bin nicht käuflich. Hallo. Doch. Wer würde eher Onlyfans machen? Okay. Ich finde es nicht schlimm. Ich würde niemals meinen Körper für Geld verkaufen. Aber ich glaube, du würdest es eher weniger machen wie ich. Aber ich würde es trotzdem niemals machen. Wer würde eher zuerst ein Kind bekommen? Sie hat selber ein Kind. No comment. Sie hat selber ein Kind. Wer würde eher 100 Euro bei McDonalds ausgeben? Ich. Ich. Ich gehe fast jeden Tag zurück. Ich bezahle es. Ja, es ist doch egal, wer würde eher es machen. Ich. Egal wie viel Geld. Okay, dann du. Wer würde eher einer fremden Person auf der Straße einen Heiratsantrag machen? Ich. So aus Just for Fun. Das wäre auch ein lustiges Video. Wer würde eher für 1.000 Euro die Familie für fünf Jahre verlassen? Nein, nicht für 1.000. Ich wäre so fünf. Doch, ich. Oh, 1.000 Euro sind 1.000 Euro. Jetzt spinnst du. Wer würde eher TikTok und Insta löschen, aber dafür zehn Kissen Red Bull bekommen? Ich. Er würde es niemals löschen. Ich würde es echt löschen. Wer würde eher eine Lüge auf Social Media teilen, um mehr Klicks zu löschen? Sinan. Sinan. Sinan lös. Lügt seine Böse an. Sinan. Jetzt spinnt ihr. Wer würde eher für 2.000.000 Euro nackt in die Schule gehen? Sinan. Ja, mir egal. Bitte. Er geht eh nicht mehr zur Schule. Ja, stimmt. Ich gehe nicht mehr zur Schule. Er hat mein Abi gemacht. Auf Vlog. Wer würde eher im Gefängnis landen? Ich. Wer würde eher sich die Haare pink färben? Ich. Ja. Ich hatte sogar schon mal pinke Haare. Ich habe viel pinke Haare. Und blaue. Und blau. Ach du Scheiße. Ich fühle pinke Haare gar nicht. Wer würde eher mit einem Fan zusammenkommen? Ich. Sinan. Er denkt an jemand Bestimmtes. Nein. Tue ich nicht. Wer würde eher in 10 Jahren keinen Kontakt mehr mit mir, also Aydin, die Schwester, haben? Sinan. Ihr macht fast nie was zusammen. Ich würde auch sagen Sinan. Sinan. Natürlich. Ich würde es trotzdem nicht machen. Aber die kommen jeden Tag zu mir und wir klauten. Wer von euch würde eher Medizin studieren? Ich. Ich wollte schon Medizin studieren. Sinan. Ich. Ja. Immer. Ich habe mir sogar in die Hose letztens gepinkelt, weil ich gedacht habe. Scheiße. Jetzt neue Schlagzeile. Alina. Pinkelt sich mit 14? 15? 14. 14 Jahren in die Hose. Wer würde eher seinem Partner fremd gehen? Nach dem, was ich alles durchgemacht habe dieses Jahr. Ähm. Ich könnte niemals fremd gehen, weil. Ich auch nicht. Es ist richtig schlimm, jemanden zu verlieren. Eigentlich keiner. Sie auch. Also ich weiß, ich weiß, wie eine Trennung ist. Und meine Trennung war nicht schlimm, deswegen fühle ich mich nicht trennen. Wer würde eher von zu Hause abhauen? Ja, Sinan. Ich habe echt mal von zu Hause abgehauen und dann hat mich die Polizei mit einem Melikopter. Er ruft mich FaceTime mit so einem Busch an. Und ich raste aus. Ich so, was und was? Die Polizei hat mich mit einem Melikopter sogar gesagt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein GTA 5. Ich. Wer würde eher sein Handy vom Balkon schmeißen? Ich. Ja. Wer würde eher wegen einem Raubüberfall auf Starbucks im Gefängnis landen? Ich. Was glaubst du dir? Pink Drink? Pinkity Pinky. Wer würde eher mit dem besten Freund des anderen zusammen sein? Alle. Hä? Ja. Ja, okay. Nee. Sinan zum Beispiel mit ihrer Bestefreundin oder? Ja. Oder sieben. Ich mit ***. Wer würde eher für 10 Euro mit dem Bobbycar durch den McDrive fahren und irgendwas Dummes bescheiden? Ich. Jetzt würde jeder machen. Ja, das ist voll geil. Ich. Wer würde eher aus Versehen seine Nummern liegen? Ich. Sinan. Wer würde eher im Club auf die Fresse kommen? Sinan. Ich. Ich. Leute, ich war am Wochenende im Club und ich habe so viel Scheiße gemacht, weil ich so betrunken war. Aber ja. Dann bringt. Also Leute, das war es mit unserem YouTube-Video. Like, abonniert und aktiviert die Glocke. Folgt mir gerne auch auf Instagram und yes, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.